Servus Pyros und Willkommen in diesem neuen Video. Ja es ist erst Anfang April tatsächlich, aber ich habe jetzt meinen F3 Kurs und daher möchte ich gerne schon meine erste Vorwerkbestellung für dieses Jahr durchführen. Ich war einfach viel zu gierig und musste einfach nachschauen, was Actifire für F3 Artikel hat. Einige Sachen hat man ja vor Ort auch schon gesehen und weiß ich schon. Es gibt ja jedenfalls eine eigene Kategorie im Shop F3. Das wird freigeschaltet, sobald man per E-Mail dort den Bürotechnikausweis hingemailt hat. Dann wird einem das freigeschalten und dann sieht man eben hierzu aus, was es da gibt. Wir haben die Gigant Salut Raketen, die Bungee 1 von Funke, richtig geile 50er Bombenrohre. Die ganzen Bazooka Raketen A bis F hier von Pyromax. Die ganzen Alpha von Iskra sind nicht alle lagernd, aber die meisten. Dann haben wir hier noch viele Solute Raketen. Die schauen auch richtig geil aus. Und jetzt neu, die Bombenraketen sind die 50 Gramm, soweit ich weiß. Oder ein bisschen mehr haben die glaube ich 55 oder so. Ich weiß nicht. Dann gibt es viele Pyromax Batterien. Einige davon leider aktuell auch nicht lagernd, aber das was ich eigentlich so wollte, war eigentlich das meiste da. Iskra Batterien, No Limits Raketen, Fireball XXL. Die habe ich noch. Ne, das ist nicht die. Ich habe eine andere bestellt. Die zeige ich euch gleich aber. Ich will den Shop im Detail jetzt gar nicht so durchgehen. Ihr wisst das ja. Ihr kennt meine vergangenen Videos. Hier viele Pyromax Batterien, Skull Kaliber Hydra F3. Richtig geil auch von Iskra. Blitz auch heftig. Raus. Das ist glaube ich hier mit Saluts in der Mitte oder so. Da, die habe ich bestellt. Die ist zwar teuer, aber junge junge, die ballert laut Videos. Kann ich dir einmal kurz dann zeigen. Die Koloss von Iskra, auch teuer, aber auch bekannt, dass die richtig schaltet, eine Gold Batterie. Ja, dann gibt es noch No Limits Verbund. Metamorph gibt es. Electric Funeral. 30 mm Verbünde. Aber da ist halt die Zerlegerladung doch deutlich erhöht. Ich werde aber noch eine zweite Bestellung bei Active Fire machen. Im Herbst oder im späteren Sommer, wenn dann die Lager auch wieder gefüllt sind. Ja, dann hier richtig fette Verbünde auch noch. Fireball F3, Nibiansky, No Limits. Aber ihr seht schon hier. Preislich sind wir da halt schon in einer anderen Liga. Da ist einfach mit einem Verbund oder mit zwei Verbünden das Budget dann schon fast erschöpft. Ich zeige euch noch kurz die Neuheiten im Shop. Dann schauen wir uns diese Videos an. Killer Bulldog, das sind P1 Schalterzeuger mit zwei Gramm Nrm. Normalerweise baugleich zu den Shark PS2 von Enigma. Wir haben hier auch Riacheo Folger. Also da gibt es ein paar Batterien. Vortex 2, Vortex 5, Dragon Monster. Auch sonst, ich glaube, Lesley ist da auch einiges neu dabei. Das ist auch eine F3 Batterie. Die Sulphu Crown, so weit ich weiß. Ja, genau. Da haben sie den Preis jetzt nach unten korrigiert, weil die war viel zu hoch angesetzt letztes Jahr. Rauchkometen Batterien gibt es auch. Auch vom Preis her recht hoch. Aber sonst auch ziemlich geile Neuheiten dabei. Jetzt schon im Frühling. Also da kommen im Sommer sicher noch neue und im Herbst hier die No Limits. 50 mm Kaliber. Geht meinem Video halt nicht so gut, aber ich kann es ein bisschen erahnen durch den Rauch und den Nebel, was da für Zerleger dahinter sein müssen. 25 Schuss haben 1000 Gramm Nm. Also da geht schon was. Ja, und die Koloss von Iskra, ich glaube, die ist auch viel ein Begriff. Das ist jetzt nicht das ganz aktuelle Video, aber die aktuelle Charge ist relativ ähnlich. Gewaltige Zerleger. Das ist jetzt schon absolut heftiges Teil. Sehr, sehr geile Gold Batterie mit dem Finale auch hier. Mit dem Doppelgold. Richtig heftig. Genau. Und dann checken wir den Warenkorb aus. Und zwar ist es so, wenn ihr den F3 schon habt, bekommt ihr standardmäßig 12% Rabatt auf die Bestellung. Das sieht man auch hier, wenn man da schaut jetzt. Grundsätzlich ist das der Betrag. Aber hier kriegt ihr 133 Euro Rabatt. Das heißt, ich lande statt 1110 auf 977 Euro. Und das ist eigentlich schon ganz gut, finde ich. Also, was ich mir mitgenommen habe, seht ihr hier. Ich habe die Koloss einmal eingepackt. Dann die Jack, oder wie die heißt. Dann die No Limits Raketen. Die ist einmal auch für einen Kollegen von mir, der auch den F3 schon mit mir gemacht hat. Dann Kaliber. Hydra F3. Alle zeige ich euch jetzt nicht. Die Marmbut habe ich mir mitgenommen. Die Bombenraketen. Zweimal für mich. Einmal für den Kollegen. Zweimal die Killer Bulldog. Dann sind auch die Argento Gold Rockets wieder im Shop. Die musste ich mir einfach mitnehmen. Die sind richtig geil für das Geld und für die NM. Dann die Reakeo Vortex 2 und Dragon. Auch sehr, sehr geile Batterien. Vom Effekt her. Die Bombenraketen. Die musste ich zweimal haben. Tom Bomb Big F2. Ja, sind nicht so geil. Aber will ich testen. Den Berber habe ich mir wieder eingepackt. Knallfrescher Kaliber B. Einfach immer geil. Und Tom Bomb Scratch Head. F2. Sind P1 Schalterzeuger. Die Org müssen dabei sein. Knisterfeuer Kaliber B. Möchte ich mal testen. Habe ich noch nicht getestet. Dann will ich den Titanboll Mittel auch noch mal eine Chance geben. Die waren letztes Jahr nicht so geil. Und Höllenfeuer. Die haben mich richtig umgehauen. Deswegen muss ich die auch noch mal haben. So, schauen wir noch in kurz diese Check. Hallo. Kann auch richtig was. Ein richtig schneller Verbund. 2.300 Gramm Nrm in 71 Sekunden. Der hat mir sehr gut gefallen auf den Videos. Ballert richtig rein. Auch mit Cracking mit dabei. Aber dennoch. Heftiges Teil. Für Silvester natürlich. Es ist geplant, dass wir ein Silvester 2.0 machen demnächst. Und zwar wahrscheinlich schon. Sorry Leute. Jetzt bin ich komplett müde. Wahrscheinlich am 13. April. Aber schauen wir noch. Kaliber. Die habe ich mir eigentlich mitgenommen. Weil die einfach auch Pyromax artige Zerleger hat. Die Videos von Pyromax muss ich zugeben. Sind nicht so geil. Da kann man sich nicht ganz so gut vorstellen. Aber ich glaube die Ballert. Die Blitz habe ich mir nicht mitgenommen. Obwohl die auch bekannterweise sehr heftige Zerleger hat. Aber da gibt es schon so viele Videos von. Also das habe ich jetzt eh mitgenommen. Genau. Leute. In diesem Sinne. Danke ich mich fürs Einschalten. Passt war es in diesem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Leute. Viel Spaß. Haut rein. Und ciao. Tschüss. 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 Tschüss.